Wir haben heute einen prominenten Gast in der Flugwerfte in Oberschleißheim, Professor Ulrich Walter, Astronaut. Ja, du weißt, ich bin immer wieder gerne hier, Wolfgang. Was bedeutet dein Anzug? Ja, was man hier sieht, ist der sogenannte Flight Suit. Flight Suit heißt der Anzug, in dem die Astronauten in ihren Jets trainieren, deswegen Flight Suit, aber früher sind die Astronauten auch damit in den Weltraum geflogen. Seit etwa 30 Jahren nicht mehr, heute benutzt man andere Raumfahrtanzüge. Aber man zieht es mir jetzt immer noch an, wenn man so eine Art, ja, sich zeigt oder in der Öffentlichkeit umgeht. Es kleidet dich gut, aber erzähl uns, D2, was heißt D2? Ja, das war meine Mission, Wolfgang. D2 war die zweite deutsche Weltraummission. Da sieht man jetzt, hier sieht man den Shuttle, hier sieht man so einen Regenbogen, das ist ein christliches Symbol, das war uns auch wichtig. Dann sieht man hier das deutsche und amerikanische Flagge. Und hier außenrum alle Astronauten, die damals auf der Mission geflogen sind. Und warum bist du jünger als ich? Ah, ich bin deswegen jünger, und zwar, um genau zu sein, 254 Mikrosekunden. Also so viel Zeit muss sein. Der Grund liegt daran, weil man, so sagte bereits Einstein, wenn man sehr schnell fliegt, und ich bin sehr schnell geflogen im Weltraum, tatsächlich jünger bleibt. Und das ist der Grund, das sind eben diese 244 Mikrosekunden. Das sieht man dir an, das war schon vor, raus. Aber jetzt lass uns mal drüber reden. Wir sind kürzlich auf dem Mars gelandet. Die Amerikaner haben, wie hört sich da Mars an? Das würde ich auch gerne wissen. Aber wir werden es bald wissen, denn wir haben zwei Mikrofone auf dem Perseverance, also auf dem Rover, und die sind nur dafür gebaut, um die Landung sich hörbar zu machen. Das heißt, wie wird der Fallschirm ausgeklappt und so weiter. Und wenn dann eine Laserkanone auf das Geschein schießt, gibt es einen Pop, und das wollen Sie auch mit dem Mikrofon hören. Und dann wissen wir, wie der Mars gelandet. Und wenn das Leben sich akustisch äußert. Ja, ich glaube, das wird man weniger hören, eher die Winde, die da draußen herrschen. Aber ein Meisterwerk der Technik ist ja diese Landefähre wieder, der Rover. So etwas hätten wir natürlich gerne im Original im Museum. Habt ihr das auch hier? Ja, ist ein bisschen teuer. Diese zwei Milliarden, da fehlen uns noch ein paar Spenden dazu. Aber wir könnten vielleicht ein Modell bauen. Du, Wolfgang, hier riecht es schon nach Modellbau. Ich rieche es. Willkommen in den Werkstätten der Flugwerft im Deutschen Museum. Das ist das Reich von Herrn Hanneckel. Hier wurden schon sehr viele Modelle gebaut. Wir haben schon sehr viel von allem gebaut. Alles, was fliegt, was schießt. Ob groß, ob klein, was immer notwendig ist, wird sauberndes Ausmuss. Haben wir auch schon mal einen Rover gebaut? Eben. Nein, einen Rover haben wir noch nicht. Aber wenn wir das als dienstlichen Auftrag betrachten dürfen, dann fangen wir sofort an. Der Rover, der jetzt auf dem Mars ist, hat einen Hubschrauber. Würden Sie sowas auch bauen können? Wir würden es auf alle Fälle versuchen. Ja, aber denken Sie daran, der Hubschrauber fliegt in eine Atmosphäre, die ein Hundertstel von dem ist außer Erde. Das ist schon eine Herausforderung. Das ist eine harte Herausforderung. Aber hier auf Erden sind wir glücklich, nicht diese Atmosphäre zu haben und das hinkriegen zu müssen. Wir täten uns mit dem Atmen sehr schwer. Also auch der Hubschrauber braucht ja Auftrieb. So ist es. Und jetzt haben Sie uns ein Modell gebaut, wo man den Auftrieb verstehen kann. Das ist die Absicht dieses Versuches. Genau, hier haben wir ihn. Es ist ein Flüssigkeitsbecken, wo Strömung erzeugt wird. Hier ist ein Flügelprofil angeordnet, das im Anstellwinkel veränderbar ist. Und wenn man den Startknopf drückt, dann setzt sich dieses Strömungsmedium in Bewegung. Und man kann anhand der Partikel da drin verfolgen, wo sich diese Strömung ausbildet, wie sie sich bewegt. Und hier kann man eben den Anstellwinkel zum Beispiel erhöhen. Man kann erkennen, die Partikel bewegen sich hier nach dem Flügel nach unten. Und dieser Impuls nach unten, der diesen Partikeln erteilt wird, bewirkt letztlich die Auftriebskraft nach oben. Wenn man keinen Anstellwinkel hat, wenn das Profil vollkommen genau in Strömungssicherung steht, dann wird diese Luftmasse auch nicht nach unten geschwindet. Und in dieser Situation gibt es eben keinen Auftrieb. Also der Anstellwinkel des Profils ist wirklich das A und O des Fliegens. Ja, ja, das stimmt. Also sehr anschaulich. Stichwort Impulserhaltung. Wir freuen uns immer, Versuche zu bauen, wo der Effekt wirklich dargestellt wird, dass hier nicht ein Bildschirm ist, auf dem künstlich ein Film abläuft, der alles und nichts beweisen kann. Hier haben wir die Effekte wirklich im Museum und können damit unsere Besucher locken. Aber jetzt sind wir wieder bei dem Rover. Und dann müssen wir ja wissen, wie kommt überhaupt so ein Rover danach ins Weltall? Ein halbes Jahr zu fliegen, zum Mars hin. Hermann Obert. Das war der Vater, das ist der Schlagwort, der Vater der deutschen Raumfahrt. Das ist wahr. Also er hat schon in den 20er Jahren zusammen mit Werner von Braun die Ideen gehabt. Er hat ein Buch dazu geschrieben, ganz berühmt. Der Flug zu den Planetenräumen. Also ganz toll. Habt ihr auch was von Hermann Obert hier? Wollen wir mal schauen, ja. Da gehen wir mal ein Stück in die Geschichte. Gut. Also, vielen Dank übrigens. Gerne. Was haben wir denn hier? Das sind die ersten Versuche der Europäer, ein eigenes Raumfahrtprogramm zusammenzustellen. Die sogenannte Europa-Rakete. Tatsächlich waren das gute Versuche, aber sie haben nicht den Erfolg gebracht. Die Amerikaner mit der Saturn waren da sehr, sehr viel weit. So, jetzt gehen wir mal entlang der Europa-Rakete. Dritte Stufe, zweite Stufe. Und das ist die erste. Das ist ein Riesending, ja. Ein Riesenteil. Obwohl immer noch kleine vergleicht. Weil jetzt die Saturn-Rakete hat schon ein paar Bollen. So sieht es jedenfalls aus. Aber ich glaube, das gehört dazu. Ja, Schug, Feuer, Kraft. Hei, hei, das sind Riesendinger. Die Europa-Rakete, die war aber nie im Weltraum. Ja, die ist nie geflogen. Ich habe gehört, das lag daran, weil jede Nation, die Engländer, die Franzosen, die Deutschen, nie richtig zusammengearbeitet haben. Daran kann man wieder sehen. So geht es nicht. Aber wie geht es? Was hat man gelernt? Ja, die Europäer haben dann gesagt, wir müssen enger zusammenarbeiten und haben die ESA gegründet. Die gibt es ja heute immer noch. Wir koordinieren jetzt die Arbeiten unter den Nationen und dann ist zuerst eine richtige Rakete, der Ariane 1, gekommen. Und die gibt es ja heute immer noch. So, jetzt kommen wir zur Ariane 5, das Working Horse, der ESA. Das macht im Augenblick die Hauptarbeit, fliegt ungefähr achtmal im Jahr. Aber wir haben ja schon eine Nachfolge. Die Ariane 6. Das ist die Antwort auf die Rakete von Elon Musk. Das will ich auch wissen. Seiner Folge 9, ja. ESA, NASA, Elon Musk. Wie ist das einzuordnen? Der Weltraummarkt, die ganze Raumfahrttechnik wird auf den Kopf gestellt. Wegen eines Mannes. Einer, der dieselbe Vision hat wie der Werner von Braun. Werner von Braun wollte immer zu Mars. Und genau das wie der Elon Musk auch. Aber der Werner von Braun hatte nicht das eigene Geld. Und der Elon Musk kommt und sagt, ich habe das Geld. Ich zahle das alleine. Das mache ich alleine. Und er schafft es. Ich wette dafür. Hat er schon angerufen bei dir? Nein, leider nicht. Aber ich kenne genau seine Pläne. Er schließt den Kreis dieser Vision. Nach 100 Jahren, glaube ich, werden wir so in den 30er Jahren dann auf dem Mars stehen. Wird er denn bemannt zum Mars fliegen? Oder unbemannt? Er will beides. Er will erst mal unbemannt. Über den Mond übrigens. Der Mond ist so eine Art Hab. Hab. Ja, als Trittbrett sozusagen, dass man lernt, wie macht man das. Aber er will eigentlich zum Mars. Und zwar bemannt. Er möchte in die Geschichtsbücher der Menschheit eingehen als derjenige, als einzelne Person, der das der Menschheit möglich gemacht hat. Und unbemannt reicht doch zum Mars. Ja, mit dem Rover kann man viel machen. Aber glaub mir, Wolfgang, zum Schluss brauchen wir aus zwei Gründen den Menschen dort oben. Du willst dabei sein. Ich werde dabei sein, aber das ist der dritte Grund. Nein, wenn wir wissen wollen, gibt es Leben auf dem Mars, brauchen wir einen erfahrenen Biologen, der auf dem Mars steht, sich so eine Probe anschaut und dann sagt, diese Mikrobe kenne ich nicht. Das ist neu, die kann nicht von der Erde kommen. Das ist neues Leben. Und ein zweiter Punkt, ich glaube, wenn wir in der Zukunft fragen, wann waren wir auf dem Mars, dann werden wir nicht sagen, in den 70er Jahren, als die erste Viking-Sonde drauf gelandet ist, sondern wir werden sagen, der erste Mensch hat seinen Fuß auf dem Mars gesetzt. Das war in den 30er Jahren. Also ein psychologisches Phänomen auch. Der Entdecker, der Mensch möchte nicht gänzlich von Maschinen ersetzt werden. Und ich sehe das immer wieder, der Astronaut ist der Botschafter der Menschheit. Kein Roboter, sondern ein Mensch. Und das kann ich gut verstehen. Ja, nur der Astronaut kann doch sagen, wenn ich zurückblicke und die Erde sehe, diesen kleinen blauen Blue Pale Dot, wie zerbrechlich ist der. Wir müssen ihn schützen. Könntest du das einen Roboter fragen? Eben nicht. Eben nicht, genau. Aber im Menschen kann man das fragen. Wolfgang. Gut. Untertitelung des ZDF, 2020